Ok, zweite Kata vom Roninryu Ukekomi. Ich bin der Angreifer. Ich greife aus Jordan Kamarian. Und bin angelegt. Unser Thema war ursprünglich, oder mein Gedanke, wie kann man mit der Kata umgehen? Den Nukyoji von Seite Yayo. Sie geht zurück, weicht aus und sie kann jetzt aber nicht kontern, weil wenn ich Seite Yayo gemäß schneide, hat sie keine Möglichkeit anzugreifen. Also was macht sie besser, statt zurückzuweichen? Sie geht raus und zwar, schauen wir uns das an, mit dem rechten Fuß 45 Grad schräg nach vorne aus meiner Schnittlinie raus. Macht aber Uke Nagashi, sodass sie sicher ist und kontert mit einer Drehung des hinteren Fußes. Kurz und schmerzlos, Kopf ist ab. Dann wieder Chiburino Nojo und Chino Gui. Und diese Kata funktioniert einfach. Machen wir es nochmal. Zack. Okay. Nochmal. Wenn ihr diese Kata mit Stahlschwertern übt wie wir, Achtung zu Risiken und Nebenwirkungen, befragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Ja? Okay, das war schon die zweite Kata, erster Teil. Die Bewegung ist einfach auch im Solo-Bereich, wenn Sie die Kata Solo machen, schräg nach vorne, Uke Nagashi, Konter. Freies Chiburi und Noto. und in unserer Form putzen mit dem Tum. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.